Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr euer Alter bei Epic Games Launch oder in der App ändern könnt. Schaut euch also das Video bis zum Ende an und befolgt diese einfachen Schritte. Zuerst müsst ihr nur euren Epic Launcher oder Epic Games Launcher öffnen und dann sicherstellen, dass ihr mit eurem Konto angemeldet seid. Sie können sich mit einem Google Konto oder Facebook oder anderen Konten anmelden. Danach müsst ihr nur hier hingehen, auf euer Profilbild klicken und dann suchen wir nach dem Konto. Wenn ihr auf Konten klickt, könnt ihr zum Konto oder Einstellungsbereich gehen. Und von hier aus könnt ihr im Grunde viele Kontönenstellungen ändern. Aber wie ihr sehen könnt, gibt es hier keine Alters- oder Geburtstagseinstellungen, also könnt ihr nur den Support kontaktieren. Und ihn bitten, eure Geburtstage oder nur das Alte zu ändern. Andernfalls können sie ihre Konten haben. Wenn sie beispielsweise einige Konten mit ihren Administratorkonten verknüpft haben, stellen sie hier sicher, dass sie ein anderes Alter haben. Damit sie ihr Alter ändern können, das mit ihren Kontoeinstellungen geändert wird. Und auch, wenn sie nur einige Spiele haben oder auf einige Spiele zugreifen möchten. Hängt dies vom Altersabschnitt oder vom Alter ab. Sie können von hier aus einfach zu den Kindersicherungen gehen und auf die PIN für die Kindersicherung gehen. Ich mache einfach 1 zu 1 1. Und ich erstelle einfach diesen Stift. Von hier aus können sie einfach den Stift anfordern, um ein neues Spiel oben zu erhalten. Und sie können beispielsweise alle diese altersgerechten Spiele haben. Sie müssen also nur ihre Kindersicherung einrichten. Und schon können sie auf Spiele für ein höheres Alter zugreifen. So können sie es im Grunde machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.